2 oder mit der zweiten Folge. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Mitten in einer Prügelei. Etwas älter und reifer, hoffentlich, und erwachsener. Willkommen zurück bei Let's Play. Attacked 4 mit Folge 2. Zack, auf die Fresse. Zack. Und noch einer. Das gringo weiß nicht, was du zu kämpfen. Füllen. Gib mir. Wie geht das? Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Du willst das. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Und noch einer. Und noch einer. Nein. Mit der Nase an diesem Mast. Und gib ihm noch einen mit. Und noch einen. Lass mich los. Ja, basta. Okay. Und noch einer. Ja, basta, idiotas. Mötenme. Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Ich werde mich nicht mehr verletzen. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Ich werde dich nicht mehr verletzen. Solitaria. Cajalo. Du hast dich esperando hier, eh? Abre. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Ah, da ist der Wetter. wieder. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ach, ey, 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 ey. Schon gut. Langsam. Ach. Nummer zwei. Ein höllischer Ort. Ich hatte ich da mir gedingelt, die Stelle genau, an der ich privat aufgehört habe zu spielen. Ab dann ist es für mich Neuland. Ich bin ein bisschen gegründet. Ich bin ein bisschen gegründet. Ich bin ein bisschen gegründet. Ein bisschen gegründet. Ein bisschen gegründet. Wie generos ist es. Hey, schöner Tag, nicht? Ja, ja, ja. Hey. Und schwühe. Ja. Willkommen in Panama. Hey, gringo. Wie was du mit Gustavo gemacht hast. Varga ist der gute Mann, vor uns. Oh, nicht schlecht. Da ich leider kein Spanisch verstehe, äh, oder spreche und verstehe, ähm, kann ich auch nicht verstehen, was sie genau sagen, aber vielleicht kann das halt der eine oder andere, der es ein bisschen versteht, auch mal gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was genau teilweise gesprochen wird. Das würde mich ja auch sehr interessieren. Hier erscheinen die Wärter ein bisschen grob mit einem Mithäftling, oder einem unserer Mithäftlinge, um zu... Er scheint wohl ein bisschen was ausgefressen zu haben. Ratten. Ah, da geht's weiter. Also hier würde ich sehr, sehr ungern einsetzen. Ich glaube, wir sind in Chile unterwegs gerade. Wir sind wohl Lateinamerika. Ja, schon klar. Hier vorne ist noch eine Tür, ich glaube, da können wir raus. Schön eine Grafik auf jeden Fall. Wie gesagt, da spielt jetzt PS4-Exklusiv. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Bargast, du solltest uns nur rein- und rausbringen, mehr nicht? Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch Gringos. Ja, und Rafe bezahlt sich auch königlich dafür. See? Aber nicht annähernd genug. Solltest du doch nicht erfahren. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Ah, der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Blablabla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Doch, Spalien. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden? Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay. Hör zu. Lass mich da rauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rave ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Das verstehe ich. Das ist bitte. Wer willst du überhaupt darauf klettern? Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Okay. Gucken wir mal. Ja. Hab's da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Äh, bei den Kisten. Klasse. Danke. Oder jetzt rüberkommen. Können. Oh, das könnte eine ganz lustige Runde werden. Ja, aber... Haben wir doch geschafft. Sauber. Oh, Vorsicht. Da ist eine... Runde oder sowas. Hier scheint das Ziel zu sein. Gut. Gucken wir mal. Uns ein bisschen um hier. Ziel. Okay, damit wird es klappen. Hä? 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 Frage ist, was wir damit machen sollen. Hä? 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 Ah, ich glaube, ich weiß es. Lauf. Ja. So. Das haben wir eben gelernt, wie es funktioniert. Wie es funktionieren soll. Entschuldigung. Ah, fuck you. Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen weiter schwingen. Und auf geht's. Jawohl. Ungefähr an der Stelle, wo er uns gerade entlassen hat. Das war die Stelle, wo ich privat gezockt habe. Und jetzt ist für mich hier alles komplett Neuland. Jawohl. Jawohl. Fallen lassen. Und hepp. Und hepp. Ja, doch. So geht's. Vorhin ist auch wieder so ein... Ich könnte da runterrutschen. Seil am Pfosten. Vielleicht... Aua. Okay, das war nicht so die gute Idee. Ich bin gespannt, was Sam da zu sagen. Auf nach oben. Er muss mich überlegen, wie... Der Frage ist, wie komme ich da jetzt ohne Problem... Ah, Moment. Ja... Oder? Nee, doch nicht Da sind wir ja gerade hier hochgekommen Eigentlich müsste es mit dem Weg gehen Und dann da hoch Oder? Ach, Moment Da auch Ja, so schön ist es in die Richtung Und Epp Jawohl Jetzt muss ich die höchste Zelle finden Hepp Schwer zu glauben, dass hier drinnen Dutzende Piraten auf den Galgen warteten Ich bin da jetzt ohne Polymer Ah, will er nicht, will er nicht Will er wohl Hm Ich wundere mich nur, dass er Da nicht irgendwo hochkommen will Frage ist Okay, da will er nicht hoch Kann ich hier tatsächlich rein? Ist doch der richtige Weg, hier reinzugehen Ah, es geht wohl nur diese Ah, put up Da hätte ich mir gedacht, dass da etwas ist. Ich kann überlegen... ...weiter machen. Okay, hier geht es natürlich nicht weiter. Wieder raus. Ups. Oh, da war irgendwo gerade eine Stelle mit einem Seil. Vielleicht ist es... Okay, das war vielleicht doch der richtige Weg. Ja, manchmal ist es richtig, sich da so ein bisschen umzugucken. Mann. Blass. Ich dachte, heutige Gefängnisse wären schlimm. Wahrscheinlich der Schatz, auf dessen Spuren wir gerade sind. Äh, ich fragte ihn, wo dieser Schatz zu finden sei und ließ ihn bei seiner Antwort baumeln. Ich ertrage keine weiteren Pirat-Lügen mehr. Gucken wir mal, aber hier wieder hochkommen. Wie das fang... Wie das fang... So. Ach, das scheint wohl wegen dem Gefängnis zu sein. Da lang zu gehen. Das scheint wohl doch der richtige Weg. Wie mache ich es jetzt? Am besten nicht so. Ich meine, der Weg könnte... Mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Ja. Ja. Oh Mann, Sam, verpasst dich was. Ah, jetzt sind wir zumindest auf dem richtigen Weg. Auch wenn ich jetzt mehrmals sterbe. Oh Mann, Sam, verpasst dich was. Auf geht's. Bei uns Zelle. Zelle? Oh, ihr Sweet. Okay. Wo fange ich an? Ich hab nur jetzt angekommen zu sein, zumindest in der Zelle angekommen zu sein. Die Frage ist... Genau. Oh. 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 Vielen Dank. Sonne und Mond, Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal, sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Hm, das ist ein Teil des Symbols. Lieber Sohn Richard, spanische Teufel, halte mich in Panama gefangen. Mir wird Piraterie vorgeworfen mit der Formalität. In Kürze werde ich gehängt. Ich sehe die jetzt. Ich vermitgliede den Käpt'n Henry Averys Mannschaft. Zusammen mit den anderen in der Mannschaft habe ich Hindu Gang Isawai geplündet. Ob man das sein mag. Wir haben in den Augen Gottes viele Gräueltaten begangen und jetzt muss ich für meine Sünden zahlen. Ich verbohle dir am höchsten gelegene Zelle im Gefängnis in Albania und kann das mehr. Dabei sehne ich mich nach einem weiteren, gerusamen Augenblick mit dir und dir. Ja, Familie ist immer wichtig. Obwohl ich vieles bereise, gewiss, dass du mich mit meinem Schicksal angefreundet habe. Dass ich mich mit meinem Schicksal angefreundet habe. Möge ich so einem Tag den Weg zu diesem hellen Ort finden. Kreuz tragen und sie entdecken. Reichtümer des Paradieses. Dein dich liebender Vater, Joseph Burns. Naja. Dann gehen wir es mal wieder weg. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Gehen wir weiter, ne? Hier. Leider nein. Und die römische Zahl 2. Nein? Okay, wo ist das Schützesymbol? Draufdrücken. Ja? Nichts. Ich sollte mir den Brief nochmal ansehen. Ah, nein. Mal. Ich könnte jetzt versuchen, alles durchzubrechen. Nur die Frage ist... Ich hole denn irgendwas. Nichts. Hm, römische Zehn. Nichts.